1994 Was zum Teufel? Ja, was soll denn sein? 1994? Das ist alt, ey. Willst du das laufen lassen, oder willst du das zeigen? Weiß ich, vielleicht ist das der Atmosphäre zu guten oder so? Ja, genau, weil wir immer so viel zur Atmosphäre sowas bald sagen, ne? Wir beide immer, ey. Egal, in welchem Spiel. Alles klar, ey. Dann drück ich weg den Müll, ey. Wo war der hier? Oh! Ja. Wieso machst du nicht einfach Samus zähl? Warte. Wann macht man das nicht mit B, ey? Oh, Hilfe. German Text. Oder Finch. Starte das Spiel. Warte mal locker, ey. Der letzte Metroid ist in Gefangenschaft. Kann man das wegdrücken? Ist das Sprachhausgarten? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Auch Cebis bekämpft die ich die Metroids. So, wir spielen super Metroid. Haha, gut. Was noch keiner weiß. Ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Ich auch nicht wirklich. Ich bin auch, äh, kein großer Metroid-Fan. Ich eigentlich schon. Hey, ich schon, aber ich nicht. Guck mal, wie spektakulär das aussieht. Deswegen kann ich aber nicht, ich kenne so den groben Story-Verlauf der Spiele. Aber selbst spielen würde ich es eigentlich nicht. Aber für die Fans, dachte sich, Jake so, ey. Sagen wir mal, ey, du hattest einfach ein Spiel in den Raum geworfen. Und dann haben wir gesagt, okay. Ja, weißt du, ich denke mir immer so, so Spiele, die wir nicht wirklich kennen, ich glaube, das ist am amüsantesten. Ja, das kann sein. Also ich bin eher so der, so, so... A Prime, so Metroid Prime, das fand ich Polen. Und die... Ich konnte... Weißt du, es ist in dem Sinne eigentlich so das gleiche Spielprinzip? Wie Castlevania. Also wie die neuen Castlevanias, ja. Aber irgendwie trotzdem überzeugt mich Castlevania zum Beispiel mehr als... Ja, sonst ist halt Geschmackssache. Ja, weiß ich nicht. Ich hab die älten Metroid-Teile erst später gespielt, aber ich fand die trotzdem ganz gut. Aber deswegen kenn ich die ja auch halt nicht so gut. Wie zum Beispiel jetzt... Was weiß ich. Super, Marcel, Ruhe. Es wird hier gar noch die Geschichte aus dem ersten und zweiten irgendwie zusammengezählt oder so. Ja. Nicht zusammengezählt, sondern erzählt. Ach, ihr wisst doch, ey. Eins und zwei. Dämlich Zeres verlassen, halt. Kann man das echt nicht wegklicken? Nein, ich kann nicht. Ich übe. Man wird genötigt, sich den... Scheiß hier nochmal zu ziehen. Ja, aber... Ist halt so. Guck mal. Ist halt krass. Space Colony. Warum steht denn der Forschungsstation? Hä? Ist das normal, dass es mit Untertitel ist? Ja klar. Es gab keinen richtigen deutschen Bildschirmtext. Mit der Frage... Guck mal, siehst du mal wie gut ich das kennen. Mit... Mit X schießt man? Ja, aber eine komische Steuerung. Was? Echt mit X? Ja. Damit komme ich ja schon nicht klar. ich wusste nicht was mit ihm los ist das ist ja eine Flau was ist denn hier los die schlafen alle wo ist die Steuerung KG 5 Sekunden spiel was ist denn hier los das weiß ich natürlich auch ich hab ja mal ein Let's Play davon gesehen ich auch mir hilft es sogar wie konnte er sich verstecken ich hab mir einen Flugsaurier Flugsaurier ist das doch oder nicht was würdest du das denn abattiteln als ein Aesodaktyl ein Flugsaurier also da müssen wir gleich einen Fachbegriff haben Fachbegriffen das ist ein Pokémon das ist ein Pokémon nur damit das immer klar ist ach so versteh die ja wie gesagt die ersten 150 kenn ich noch weißt du nix so xy dies das mega evolution oder was kein blick mehr durch was soll der Scheiß die müssen mal ein Reboot machen weißt du die dürfen nicht immer weiterzählen sondern die sollen einfach mal neu anfangen weißt du warum die so einen Kack da jetzt eingeführt haben weil die nichts mehr einfällt was die jetzt noch äh machen können also nehmen wir aber die ersten und machen die nochmal besser so ein Mixer-Mon weißt du oder Mikro Wellen-Mon das wäre so laufsprecher-Mon nehmt auch gleich ja was wie behindert wie ist das Quacki hier gemacht in der Schreie da spring wie ist doch mal spring das ist auch irgendwie man kann auch irgendwie laufen ich glaube doch aber richtig schnell weißt du doch guck mal da läufst du ich glaube aber ganz normal drückst du was dabei ja nach vorne ne ich meine es geht noch schneller ja wahrscheinlich lang kann nur nicht man kriegt doch immer Items ach ja oh ob du das schaffst sonst bin ich mir auch nicht sicher hä 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 und du machst das was du am besten kannst Kaffee kochen mach ich mir da ach 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 geschafft wie Spiel vorbei ja lass jetzt Schluss machen das wäre doch witzig lass mal jetzt alle Schluss machen nein was denn das ist ja gemein das ist ja voll der Troll-Move ja sicher wär das ein Troll-Move ich find das witzig ja ich auch aber nur für eine Minute ich mach das glaube ich morgen wie ja für meinen Kanal ich muss jetzt schnell hochladen ey und dir was was naja ich mach das auf meinen Kanal dann sag ich ey guck mein Hauding weiter ey so geil so ein sneak peek oder wie das ah ah mein Körper aua irgendwas tut weh hm achja Samus ist eine Frau jetzt haben wir ja schon gesagt achso also angedeutet sag ich mal ja wusste ich am Anfang nicht ich glaub das wusste du nicht selbst den Super Smash Bros. wusste ich das noch nicht was ok das ist witzig da kannte ich das erste Mal glaube ich oder ne ich hab eben nen Dings vor was ist doch ne Frau ja hab ich dann so gesagt das ist ja ne Frau oh das hier kenn ich irgendwie ich glaub ich hab mal ein bisschen hab ich mal gespielt hier nix ach nix nix was ist das jetzt hier Xawaxas Sagt euch das was ha 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 dafür sind wir erschließt hier so geil können wir nicht zocken weil deswegen sind wir hier ha 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 klar hätte ich das Tretboot zurück zum Anfang können aber ich wollte das Hanna das macht sich schön kaputt ist und dann können wir zurück zum Haus gehen und endlich zocken weil deswegen sind wir hier ha 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 ach ich mag das Das ist geil, das ist ein geile Unterhaltung. Ja, das ist eine Unterhaltung vom Fall. Wir haben mal gegen Mother Brain gekämpft. Echt? Ja klar, das siehst du doch. Siehst du doch? Hier stand man und hat die nicht hingeschossen. Das gibt Sinn, ne? Ja. Ich seh doch. Ich seh doch. Wie war das? War das deine Schwester? Das sagen viele. Das sagen viele, aber... War meine Mutter. Meine Mutter? Irrlich. Sehr gut gehalten, ey. Richtig, richtig... Richtig, richtig... So güzel. Oh, was ist das? Morphing Ball. Schnell aus dem Licht, schnell aus dem Licht. Ach, das ist vermasselt. Kannst du keine Bomben? Doch. Ich glaub, die gibt's noch nicht. Nee, aber ich mein, kannst du nicht wegballern, weißt du? Wegballern. Weggejallert. Gch, gch, gch. Testosterone. Hä? Kannst ja auch nach unten schießen. Gch, 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 gch. Gch, gch, gch. Wie wechselt man? Mit Select. Mit Select? Ja. Wie ist das eigenartig? Ja, das ist sehr eigenartig. Irgendwie alles ergibt keinen Sinn. Alles glänzt. Alter. Weißt du, du hast grad eine verballert und deswegen fehlt jetzt eine. Wo war ich jetzt? Keine Ahnung. Farmen. Wo denn? Keine Ahnung. Ich glaub, das haben die nie bedacht bei dem Spiel. Und dass da einer so dumm ist und... Nein! Was denn nun? Was willst du hier? Ich suche Raketen. Ja, ich glaub, du musst da oben wieder. Ich will aber da unten rein. Ja, musst du ja dann auch gleich. Da oben war noch nix. Ja, dann musst du, glaub ich, zurück zum Schiff. Der ist ja voll behindert. Nur weil so ein Vollhorst wie ich einfach eine Rakete verballert ist. Keine Ahnung, ich kenn das doch auch nicht. Du musst jetzt gerade stehen für den Müll? Ja, hier sind jetzt Gegner, weißt du. Ja, hier sind jetzt Gegner, weißt du. Siehste? Ja, guck mal, Missiles. Ja, schon die Space Piraten. Voll dumm sehen die aus. Ja, erstmal muss alle besiegen, weil dann geht die Tür hier wieder auf. Ach, ey, das ist ja auch richtig dumm. Was ist denn los mit dem Spiel? Gab's ja bei Sel auch nie, ne? Nee. Ich will mich nicht dran erinnern. Du 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 du. Jetzt erstmal schön hier die Fahrstuhlsequenz. Wir sind doch gleich schon Part fertig. Ja. Zwanzig Minuten Dinger so. Rüber Terranigma. Ja. War echt so aus Spaß an der Freude das hier, sagen wir mal so. Wir wollten uns ja auch mal einen anderen spielen, wollen die Leute uns mal erleben. Ja. Hier sind ja auch Gegner, wollen die mich ja nicht alles halten können. Ach, steht vielleicht hätten wir hier auch farmen können, weißt du. Ey mein Controller, ich glaub's nicht. Ich glaub's auch nicht, ey. Ich glaub's auch nicht, ey. Ganz ehrlich. Äh, ganz ehrlich. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Weißt du? Äh, äh, ergibt einfach keinen Sinn. Das ist unmöglich. HOTSHIT! Geil gemacht, muss ich schon sagen. Ey, was los hier? Einfach nicht so geil. Ah. Ja. Kommst du nicht hin? Obwohl, geh mal in die Hocke. Und dann spring ab. Dann geht das höher. Siehste? Jo. Ah, das hab ich trotzdem nicht. Schade. Sollten wir uns aber merken. Merken wir uns sowieso nicht, aber. Wird kein 100%, Mann. Ja, richtig. Wenn's wieder einer meckert, ey. Versuch das doch mindestens. So, jetzt haben wir diesen Weg einfach für den Mr. Container gemacht. Und du kannst jetzt trotzdem den ganzen Weg wieder zurück. Ich will aber... Kann man nicht irgendwie so, so ein Speedrun mäßig... Glitschen? Ja, so Glitschen. Mit Walljump meinst du? Ja. Walljump gibt es. Ach, egal. Ich hab gar keine Lust. Keine Lust, ey. Keine Lust. Gut. Ach. Weiß dir die vom Schaden, weißt du? Scheiß drauf, oder? Ja. Ja, das ist am Anfang ganz schön langweilig. Geht eigentlich. Meinst du? Irgendwie... Von Grafik-Stil finde ich den ja den coolsten eigentlich. Die Super-Nintendo-Ära ist ja sowieso immer gut. Das stimmt. Und für Game Boy fand ich zum Beispiel... Boah, nee. Aber welches Game Boy meint? Advants, oder was? Nein, das ist Game Boy D2. Ja, das ist richtig schlecht. Also das mag ich auch nicht. Ja, der Bildschirm ist so groß wie Samus. Du siehst nur Samus und mehr nicht. Das fand ich auch nicht gut. Nimm mal Lackers. Was? Was? Was bitte, was? Hey! Na klar, schauen wir auf den Tisch, hallo. Alter! Alter! Was ist mit dir los? Das sind halt Drogen. Drugs are bad. Warum sehen die Weltraum-Piraten so komisch aus? Wie sollen die sonst aussehen? Wie Piraten im Weltraum? Nein! Arrr! Zum Holzbein, ne? Einen Haken. Und Augenklappe? Neuuin! Oh nein! Neuuin! Neuuuin! Neuuuin! Was macht der? Kennst du das nicht, wenn du runterfällst? Ja klar kann ich das. Und du willst immer auf so eine andere Plattform da nicht setzen, aber dadurch machst du es nur schlimmer. Ja, richtig. Weil du statt einfach nichts machst und dann sofort sicher wärst. Nein, ey, du versuchst es einfach. Du versuchst, die auf jegliche Plattform, die du siehst, zu retten, aber das bringt es. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel geht. So wie wir spielen, ich denke mal, so 70 Parts. Ja, vielleicht. Du weißt, was da noch kommt, was uns noch erwartet. Besonders wenn wir jetzt nicht so einen Matrix-Superkenner hier haben. Wir nehmen wieder mehrere Sachen auf einmal auf, also kann es passieren, dass wir euch nie anfangen. Ja. Ne, ne. Muss man ja mal wehnen, es gibt ja Leute, die nehmen immer an den gleichen Part Tag auf, weißt du. Ja, die denken immer, ey, wir nehmen das mal kurz vorher auf, aber das ist nicht so. Weißt du, wir haben ja nicht immer Zeit, das ist ja ein logistischer Aufwand, den wir hier betreiben. Was für ein Kack-Spaß, ey. Und normal, der ist wieder styl, der Alte. Der Sahel, ey. Wir haben eine Kilo. Ist das nicht der Flaschen-Sammler von heute Mittag? Wenn der hier ist, dann ist dein Alter auch nicht weit. Weil lass mal rübergehen. Vergess die 23 ναists. Hä? Sellopello, oder was? Sello. Wir sagen nicht, Sellopello. Sehr gut, man teiltverz sounding. Ich sag dir, die ist genauso alt wie wir. Nein, nein, die ist doppelt so alt wie wir. So heiß, ey. Ja, das ist gut gehalten für ihr, Alter. Ja, sowieso. Ach, was war da denn? Ich kann mir das nie merken, weißt du? Kennst du das? Ja, nee. Das bringt mir nichts, aber ich... Am besten würde ich sagen, du gehst mal nach oben. Wo nun jetzt weiter? Zum Speicherpunkt. Ja, du kannst speichern, wenn du magst. Na klar. In die Speicherkapsel. Die fühlt ja nicht mal unser Leben und Energie auf. Nee, das war nicht so bei dem Spiel. Das ist ja hardcore. Prime schon. Boah, war das ein geiler Schuss? Nee, war nicht schlecht. Boah, ich zieh schneller als mein Schatten. Lucky deck. Da kann ich nicht rein, oder? Nee, noch nicht, aber du kannst hier jetzt runter. Malaka. Malaka! Ich glaube, da kommt ein Boss. Äh, kommt hier ein Boss? Äh, kommt hier ein Boss? De, 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 de. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Gut, dass ich den nicht machen muss. Warum nicht? Ich hab Angst vor dem. Ich auch. Boah, der ist aber echt entwürftig. Abschießen! Ist der tot? Er weint. Boah, gut. Ich kann das Spiel doch nicht. Ganz schön hart für den ersten Boss. Bei so viel Leben, wie der gibt, er hat kein Kopf mehr. Scheiße. Er hat keine Hose mehr. Er hat keine Hose mehr. Er hat keine Hose an der Schuhe. Geil, ich hab den Boss besiegt. Ja, der war nicht schlecht. War gut eigentlich. Ja. Wird kaum getroffen. Naja, war schon knapp, ne? Für den Gegner, richtig. Das ist elf. Ne, 13 hattest du. Ja, und? Nix ja ohne, jetzt. Du nicht so cool. Erstmal mach ich schnitt. Bist du nämlich dran. Wie? 20 Minuten rum. Echt? Dann machen wir schon Dings? Wechsel? Fliegender Wechsel? Wie bei Dings, oder? Okay, okay, machen wir mal. Terranigma oder? Da ist ja noch gar nicht dran. Haben wir das da auch so gemacht?